Wie immer gegen den Uhrzeiger sind, weil wir so mega krass drauf sind. Der Weise sich zurückhält, das Leuchten der Sterne. Im Schatten ist Weisheit. War das so vielleicht? Tatsächlich. War bin ich gut. Danke, Babsi. Danke, Schnuckemausi. Ich mach mal Mausi. Na, mir Haselmaus? Entschuldigung. Geradeaus, geradeaus. Sterne erleuchten Weg. Zerstöre, was dich stört. Boah, was kann das nur bedeuten, Alter? Ich bin... Ich bin so unwissend. Nein! Wie ist das nur möglich? Ich konnte die Mauer zerstören. Palastschl! Gut, hier ist auch nichts mehr. Ich muss sagen, die letzten... Ich hab ja vor Jahren das letzte Mal nochmal gespielt. Ich hab das alles schwerer in Erinnerung. Das kann doch nicht wahr sein. Ist mein Hirn so zurückgeblieben, dass ich so falsche Erinnerungen habe? Das ist unglaublich. Upsa. 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 Vier Steine, zwei gleiche. Nutze dein Geschick. Zwei sind... Einer, einer, zwei... Bla, bla, bla. Upsa. Ich glaub, da brauch ich euch nichts großartig erklären. Jeder Depp sieht, dass die Steine sich gegenseitig mit in den Tod reißen. Also bitte. Okay. Boah, ich hab so ne Ahnung. Los, Lucci! Springen in Grund und Boden! Yay! Yay! Naaaa! Ähm... Joa, okay. Und unbedingt willst. Also... Gut. Ich versuche es. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Und? Ach, leck mich am Arsch! Ihr habt doch richtig gerüttet in den Hurenbock. Mann! Leck mich doch am Sack! Verrecke, du Penner! Nur noch fünf? Aber, 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 hat der Erfolg auch so wenig gegeben? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Beginn beim Schwachen. Der Himmel weiß den Weg. Beginn beim Schwachen. Äh, äh, ich hatte... Äh, fuck, ich hatte erst weiß, dann rot, dann blau. Ne, Quatsch! Ne, Quatsch, er ist rot! Er ist rot! Turbotastisch! Turbotastisch! Mamma mia! so mein freundchen du bist ziemlich schwach ich bin geflasht warum der nächste kommt mir sofort an der poppers das schwein du so die kapieren schon mal so vor das ist schön gleich ist soweit gleich sind wieder hallo arschloch boah fick dich doch ey ich will die anderen nicht nochmal bekämpfen müssen ach komm du Penner boah da kannst du nicht ruhig bleiben bei dieser Affenscheiße hier Mann geht doch ey drecksnibiler Huren nein Hurensohn ist ein langweiliges Wort Schustersohn dämlicher Schustersohn du Joghurtkind ey du bist das, was bei deiner Mama danach am Bein runtergesuppt ist nur in Knochengestalt ja jetzt kannst du antragen du Pisser ich hasse euch so sehr, dass ich euch mit dem Arsch auf den Kopf springe und ich setze noch einen drauf mehr hast du nicht drauf hä mehr ist nicht drauf hä mehr ist nicht drauf alter du hast überhaupt nichts auf dem Kasten hier sowas nennt sich geistertrocknen Fünf, das ist so erbärmlich wenig Juhu Nein Ich dachte wir wären reich wegen dem Geflieren mussten wir leider münzen lassen Pallassschl und ich hatte das schwer in der Erinnerung Tja So schnell kann es gehen. Wo willst du hin? Willst du einfach was klauen gehen? Ich dachte schon. Ich gehe mal davon aus, dass sie den Palastel hier immer wittert. Das muss nicht immer sein. Wir sind nicht bei Zelda. Palastel! Sie wittert immer nur den Schlüssel. Auf nach oben! Klasse Zeit. Hallo? Mausi! Ich gehe jetzt einfach da rein. Na, da bist du ja. Ja, 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 ja. Ne, 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 ne. Bla, bla, bla. Okay, danke. Andere Richtung wäre um einen Klick schneller gegangen, aber egal. So, dann setzen wir uns wieder auf unser Iggy Cabrio. Und düse dir schnell hier hoch. Ach, ich will den nicht noch länger rumdödeln. Bomber! Das musst du sehen. Mann, was soll das denn sein? Ähm... Scheiße! Oh, kacke! Scheiße, wo finde ich denn nochmal den Stern? Oh, das ist ja jetzt doof. Das ist jetzt echt kacke. Verdammt! Oh, nein. Oder muss ich erst noch... Ah, warte, ich glaube, ich muss erst noch weitergehen. War ich da jetzt etwa zuvor, eigentlich? Ich glaube, ja. Aber kurz halten kann ja nie schaden, ne. Dann werde ich etwas tun, was ich schon längst hätte tun sollen, bevor hier was passiert. Ja, bitte schnell, jetzt bloß nicht abschwimmen und alles ist weg. Dann werde ich sehr sauer. Weil dann müsste ich das letztlich quasi abbrechen. Ich hätte erst weitergehen müssen. Dann habe ich... Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin auch bescheuert, ey. Mann, bist du hässlich. Vorhang auf, danke. Kommst du aus dem Frufu-Rufo, oder was ist mit dir kaputt? Äh, äh, lila Magimek. Ah, okay, ist der echt cool. Das ist ja ein Liger an Laila Magimek. Magimek sind magische Roboter aus der Antike. 10, 5, 2. Sie setzen Magie für Angriffe und Statusveränderungen ein. Sind sie allein, erzeugen sie Doppelgänger, um von sich selbst abzulenken. Magimek zu sehen, also etwas seltsamer aussieht, aber eher zu dem der Gegner. Ja, und sie sind vor allem nervig. Sehr nervig. Nicht die Glieder nennen, die sind doch richtig billig. Aber... Ihr werdet später doch sehen, was ich meine. Und wir haben unser nächstes Level Up. Level Up, 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 Up! Ja, komm. Ich kann mir nicht genug von haben. Oh, yeah. Ja, komm. Ja, komm. Hallo, ich dachte, es kommt noch jemand. So. Aber dann war das doch wohl der Raum. Welcher jener genau dieser sein wird. Okay, bis hier kommt er. Der hat einen Powerpunch. oder was hat denn da erkennt es nicht kraftkunden schlicht powerpunch wir sind ja nicht bei pokémon wo powerpunch attacke ist hier ist kraft wunsch ein doping mittel warum habe ich nicht sofort mit ihr angegriffen ich blöd mann richtest du eigentlich noch schaden an oder sind die so im bahn ja geil ihr habt ein kraftpunch da wird aber nichts zu bringen auch wenn du so einen ulkigen smiley über dem kopf jetzt hast deine defense ist immer noch gröppenschlecht